hallo und ein herzliches willkommen auf meinem kanal ich bin der babyko und heute ist man hier in resident evil wie gesagt schreibt mir gerne in die kommentare ob ich das jetzt öfters machen soll oder ob ich das sein lassen soll mit den resident evil ihr könnt mir gerne sagen ich bin gerne für eure kommentare dankbar für jeden von euren ich versuche mir alle durchzulesen so erst mal eine option ich kann mal ein bisschen was leiser machen noch so also runter noch mit der lautstärke das noch ein bisschen runter so bildschirmeinstellungen wenn man ein bisschen die einstellungen werden noch hier kampagne natürlich immer mal wieder da wo wir waren bisher bei resident evil revelations wir haben den kontakt zu chris und jessica verlor ihr signal ging verloren über dem ozean die queen zenobia genau hier auf diesem schiff ein lebenszeichen aber irgendetwas ist glaube eine waffe das ist nicht gut wo bist du kreis kreis was ist das super mist das ist eine fahne es ist zeit dass die wahre fahne soll ich das immer dann lassen im vorstand oder eher nicht so also das funnale äh funnale ähm soll ich das dann immer mit drin lassen oder nicht könnt ihr gerne selber entscheiden ob ich das vorspüren soll oder nicht ich weiß gar nicht ob man das vorspüren kann ähm gerne in die comment ähm für hilfe falls ich irgendwas übersehen habe ähm könnt ihr mich gerne auch ganz freuen ich werde nicht das internet nutzen ich werde das spiel durchspielen habe ich überlegt ja wo bleiben wir denn heute ich glaube immer noch auf dem schiff so so immer noch kein kontakt zur zentrale vielleicht liegt ok rot 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 Ostensor Da bei mir das Problem war, dass der Live-Stream-UMPI nur gelaggt hat, habe ich ihn sicher zurück entfernt. Das hat mir einfach nicht so gefallen, dass er so laggt. Das ist eine Absturzstelle. Meld dich, wenn du was findest. So... das ladungsverzeichnis könnte uns dabei weiterhelfen wenn wir das hinweilen müssen wir durch diese mine was anderes gab es hier nicht welche mine waren das jetzt da so jessica ich brauche hilfe warte ich bin gleich da du solltest warme unterwäsche tragen hast du das gehört ich glaube jetzt war das mit die bobos hat das flugzeug die dinger transportiert ja sieht ganz so aus und wir müssen sie aufhalten bevor es zu spät ist den oder den rechts oder links ich gehe links so so Was ist das? Gut. Also eine BOW-Falle, eine Granatenähnliche Hilfswaffe, sobald sie an den Boden berührt, ertönt ein spezieller Ton, die Feinde in der Umgebung anlockt. Die Granate explodiert und zerstört alle in ihrer Umgebung bei korrekter Hinsatz höchst effektiv. So. Ne, legt noch die Zwitter auch noch mit. So. 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 Na dann gucken wir mal. Da ist noch was. So. 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 eine bw-falle ok war was konzentriere ich sie war meine partnerin warum fragst du wie löse ich denn die bw-falle aus das muss mir noch nachher gucken ich gehe erst mal nirgendwo hin ich bin gleich 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 die bw-falle auslösen 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich habe keine Munition mehr Ja, das heißt, dass ich meine Munition einfach ein bisschen Spaß habe, bis ich hier eine neue Munition habe. Ja. Ich höre, Sir. Alles okay? Wo seid ihr? Durch die Störung hatten wir kein Signal. Wir sind beim Balkon Mocky Flughafen. Verdammt. Das war eine Falle. Wieso das? Aufgrund falscher Informationen habe ich General Parker zum Mittelmeer geschickt. Jetzt habe ich keinen Kontakt mehr. Seitdem habe ich nichts von ihnen gehört. Was? Was ist da los? Chris, seh dir das mal an. Unmöglich. O'Brien. Schlechte Neuigkeiten. Wir sehen das Weltruhrwappen. Dann stimmt es also, dass sie wieder da sind. Wenn das wahr ist, dann... Dann war die Falle für Jill und Parker. Alles wahr. Ja, darauf würde ich meinen Arsch verwenden. O'Brien, wir werden Jill und Parker suchen. Ich hoffe, das ist kein Problem. Nein, überhaupt nicht. Ihr müsst sofort zum Mittelmeer. Ich halte euch auf dem Laufen drin. Hast du eine Ahnung, was hier los ist? Das finden wir später raus. Wir müssen los. Schaffen wir noch ein Stück oder wie sieht das aus? Auf jeden Fall die BOWs kann ich jetzt mal vergessen, da ich nicht weiß, wie ich die nutze. Das muss ich mal einen Tag offline testen, wie ich die nutze oder wie ich die am besten so umlegen kann, dass alles vernünftig funktioniert auch. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn wir... Ich weiß, wie es aussieht aus dem Schiff. Oder... Im Haul? Jill? Okay. Wo bist du? Keine Ahnung. So ein Raum. Irgendwo auf dem Schiff. Ach, verdammt. Der Bastard hat meine Waffen. Erreichst du die Zentrale? Nein, ich habe keine Verbindung. Formieren wir uns neu. Okay, wir kommen auf jeden Fall von nicht raus. Das heißt, wir müssen irgendetwas finden. Okay, auf jeden Fall machen wir mal was im Auftrag. Sorry. Okay. 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 Ich will dich bloß meinen Waffeln. Jill, du kannst ohne Waffeln nicht kämpfen. Du musst versuchen auszuweichen. Ich will dich bloß meinen Waffeln. Ja, aber nur was kann man da einsetzen? So, auch noch Munition. Also, ich warte mal, wie ich nehme. Also, wir müssen uns dann wieder aufbekommen. Und jetzt füllen wir uns mit dem Dienst rauch. So, jetzt füllen wir uns mit den Waffeln. Und jetzt füllen wir uns für den Waffeln. Und jetzt füllen wir uns mit dem Geist. Und jetzt füllen wir uns immer mit uns nachdenken. Und dann füllen wir uns doch für den Waffeln. Dann füllen wir uns nicht zusammen. Und dann füllen wir uns doch nicht mehr so gut. Ja, was machen wir denn? Ich komme da, oder? Komm da zur Tür, komm da wo ich nicht... Ne, Scheiße. Mensch. Okay, da ist noch eine Tür. Ich bin zwei. Also geht es da wahrscheinlich mal weiter. Aber ich bin nicht herangekommen. Ich brauche dich, um sie zu kriegen. Wenn wir zusammenarbeiten, sollte es klappen. Dann offen wir vor. Das ist reifer. Ich muss jetzt echt mal die Tür offen machen. Warte, da sind noch mehr Viecher. Ich habe das hier gefunden. Bringt uns das was? Ja, das könnte genau das Richtige sein. Das ist toll. Ich spiele mal schnell alle Tastaturen auf der Tastatur aus. Ah! Die Waffen sind gleich da vorn. Schnell! Ich spiele mal den Tastatur. Wie ist das jetzt? Das ist jetzt AG. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo wurde nun? Ah, da hinten. Jill, ich habe unsere Waffen. Sie sind hier. Okay, was ist das jetzt? Okay. Okay, für was ist das? Hier können Sie Waffenausrüstung wechseln. Sie können außerdem mit den Zubehör ausrüstung, sofern Sie welche hier haben. Jede Waffe, die Sie aufnehmen, wird automatisch hier abgelegt. Okay, das ist gut. Okay, F1-Mitschirm. Haben wir noch gar nichts? Schade. Wir haben unsere Ausrüstung. Und nun? Jetzt kontaktieren wir das Hauptquartier und machen Meldung. Von der Brücke aus sollte das gehen. Dann los. Ja, ich will jetzt noch mal gucken, ob ich die Waffe tunen kann. Zubehör schaden. Okay, plus 1. Ich habe vergessen, Waffe wieder rauszunehmen. Was? Was ist das eigentlich für ein Typ da mit der Gasmaske? Was hat er vor? Okay, eine Ankara haben wir aufgenommen. Sie sind doch irgendetwas. Ich habe gedacht, ich mache halt mal eine Art 35-40 Minuten Folge draus. Ähm. So. Okay, die ist von der anderen Seite verschlossen. Das haben wir schon mal mitbekommen. Ja. Das ist gerade durch. Piss dich, mein. Ja. Warten. Ich höre Sie gerne, in einer Blutlauffer. Nee, warum gehe ich nicht mehr da hin? Ja, ich habe ihn nicht mehr da. Oder, ähm, fragt mal gerne in die Kommentare, ähm, wie lange sollen ungefähr die Folgen dauern? Also ich hab mir so überlegt, zwischen 30 und 40 Minuten werde ich jetzt auch sofort die Folgen machen. Ähm, ihr wollt ja auch was erleben. Okay, hier ist nix mehr. Okay, das heißt, wir müssen ja irgendwie erst mal auf den Scheiß-Ober-Dingsbums kommen. Wie auch immer der Scheiß-Ober-Dingsbums hieß. Hier leuchtet noch was, okay. Okay, da drinnen in den Raum ist das. Eine Handgranate, okay, die kann man immer schon beworben. So, okay, hier ist alles Ruhe, noch nicht sauber. Weiter geht's. Okay, hier ist alles Ruhe, noch nicht sauber. Hier muss noch irgendwas in Reichweite sein. Genau, irgendwas hier ist noch. Hier ist es ja weg. Okay, scheint ein Spielfehler zu sein. Ja, wo flinnen wir den Scheiß? Ja, wo flinnen wir den Scheiß? Oh, Blut. Oh, blot. Uh. Okay, das war's gut. Okay, das war's gut. Scheiße, so ne sauber ein Mann. Ob Munition. Wir sind bei den Reingekommen, ich glaub da hinten, jetzt gehen wir jetzt hier rein. Toll. Okay. Okay. Was ist das? 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 Ich bin auf der Brücke! Munitionskiste Pistole Munitionskiste erhöht die maximale tragbare Menge an Munition. Sie können die maximale Kapazität über das Menü Erfahrung bringen mit der F2.